Oh, was ist denn für ein geiles Zeug hier? Schönen guten Morgen meine Damen und Herren, heute wird es ganz besonders, denn ich bin in wunderschönen Frankfurt. Es ist ein bisschen kälter heute, was aber nichts zur Sache tut, das Auto wird heiß. Dazu kommt, eine große Reise steht auch noch an, das heißt, wir haben relativ wenig Zeit. Tasche habe ich dabei und dann geht es nämlich direkt zum Frankfurter Flughafen. Wo es hingeht, verrate ich noch nicht, geht auf jeden Fall ein bisschen weiter und es wird spannend. So, ich bin nicht allein dabei, sondern der Stefan, erinnert euch an Stefan? Der Herben der A-Klasse, genau, der müsste gleich kommen und zwar mit einem, mit einem, mit einem, ich lasse euch einfach, A35 AMG, da ist er auch. Geht's dir gut? Ja, sicher. Ruf mich zu sehen, sieht echt, sieht echt gut aus. Also ganz ehrlich, ich bin echt gespannt, wie das fährt. Was hast du denn hier für, oh, oh, was hast du denn für ein geiles Zeug hier? Hammer, oder? Wie viel Leistung hat das jetzt hier? Das Ding hat 225 kW, 306 PS. Boah. Also das mit dem Lenkradknöpfen ist gerade mein persönliches Highlight, weil, dass ihr es schafft, das habt ihr ja in dem GT4 auch, dass man diese, die Knöpfe jetzt selber Display schon sind. Genau. Und jetzt, was ich jetzt obergut finde, ist, das ist ein Knopf und ich kann sogar aufs Display nochmal drücken. Ja, genau. Das heißt, hier unten wähle ich aus und wenn ich das dann will, kann ich da drauf drücken. Genau. Geil. Ich gebe mal Gas gleich, ja? Mach mal. Wenn das okay ist, so finde ich. Klar. Klar. Tritt rein in den Stuhl. Dafür ist das Auto doch da. Ja. Das ist halt, boah. Du hast eine neue Funktion, AMG Dynamics. Ja. Dann bremst du dir halt leicht nochmal die einzelnen Räder auf einer Seite an, dass du halt nochmal eine bessere... Oh, ho, ho, ho. Aber es macht es sich auch wieder einfacher, ne? Das ist mal, klar, auf jeden Fall. Hey, Mercedes? Ja, bitte. Ach, wir haben... Entschuldigung, wir haben mal keinen Sonnendach drin. Schon gut. Ich dachte, das ist meine A-Klasse, deswegen wollte ich das Sonnendach aufmachen. Ja, guck mal, aber das heißt, du bist schon vertraut, ne? Das AMG-Logo fällt natürlich sofort auf im Tacho, ne? Ja, genau. Ja, da haben wir noch ein paar Überraschungen... Wie viel AMG steckt denn jetzt hier drin? Also eine große Bremse habe ich vorne gesehen. Genau. Das fühlst du auch im Bremspedaldruck. Du merkst halt einfach, der Klotz ist größer, ne? Ja, genau. Es sind mehr Sättel, mehr Kolben, da packt wirklich zu. Ja, genau. Du hast vorne, glaube ich, 350 mm, hinten 330 mm. Ja, einfach besser belüftet, die Bremsen. Was man nochmal ganz generell zu dem A-35 sagen kann, das Ding wurde diesmal nicht auf der A-Klasse entwickelt, sondern parallel. Das AMG hat vollkommen selbstständig an dem Auto rumentwickelt. Ja. Die mussten ja auch einen Kadantunnel, die mussten ja auch den Vieradantrieb, Differentialen, mussten ja alles für sich zurechtbauen, ne? Genau. Aber was so extrem ist, die A-Klasse wirkt so erwachsen und groß, ja, und dadurch merkst du die Beschleunigung gar nicht so extrem. Weil wenn du auf den Tacho guckst und gibst Gas, das Auto ist raketenschnell, aber es ist so eine Mischung aus E, C und S-Klasse irgendwie, obwohl du in einer A-Klasse drin sitzt. Ja, das ist schon ein sehr hoher Komfort, finde ich auch. Also was direkt ins Auge schießt, sind diese kleinen Displays am Lenkrad unten, die eine extreme Wertigkeit ausstrahlen und so einen Gameboy-Charakter, weil das ist wieder ein neuer Schritt in die Zukunft. Erst waren es ja nur Knöpfe am Lenkrad allgemein, dann gab es so Drehräder und Tastfühler am Lenkrad. Jetzt habe ich ja Displays auf dem Lenkrad. Und das Display kann ich wieder verstellen und das Display ändert sich mit einer geilen Grafik. Was es wirklich gut macht, ist, dass die grafische Aufbereitung nicht nachgemacht ist, zu keinem. Es wirkt halt total eigenständig und sehr, sehr, sehr hochwertig und es macht Spaß. Und ich verbinde den Spaß immer damit. Und es wirkt, es klingt komisch, was ich jetzt sage, es klingt appetitlich oder sieht appetitlich aus. Der Drehzahlmesser, das sieht appetitlich aus. Die Displays hier unten, das sieht alles ja lecker aus. Ich gebe mal Gas, ja? Mach mal. Sehr gut. Also. Nicht, dass mir wieder schlecht wird, wie im Kreisverkehr. Na. Ach so. Das ist halt echt schnell, ne? Ja, ist schon gut. Von 0 auf 100 in 4,7. 4,7 Sekunden. 4,7 Sekunden. Ja. Aber ich würde gleich nochmal von außen auch gerne gucken. Ja, klar. Machen wir gleich. Womit denn? Weil das ist für mich auch da, wo das Auto mich auch gecatcht hat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das bei Instagram. Scroll so durch und sehe dann diesen gelben A35. Und ich dachte erst, ach guck mal, ein Tuner bietet ein Bodykit an. Und dann lese ich so oben Mercedes-Benz. Ja. Und dann merke ich schon so. Das kann man viel schneller als erwartet. Und vor allen Dingen auch so aus dem Nichts. Ja. Ja, der Lack ist super. Nee, auch A35 der Begriff. Ich habe nicht erwartet, dass das kommt. Ja. Ja, es ist cool. Es ist halt die neue Einstiegswelt, Entry Performance von AMG. Also es ist im Prinzip wirklich das Einstiegsmodell. Also du fängst an, A-Klasse ist ja schon sozusagen der Einstieg in die Mercedes-Benz Welt. Und dann hast du mit dem A35 jetzt den Einstieg in die Mercedes-Benz Welt. Ja. 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 Sehr, sehr geil. Meine Lieblingsfunktion, ich denke, dass die von jedem ist immer noch die Ambientebeleuchtung. Ja. Oder? Ja, ich finde es auch geil. Ich finde es auch vor allen Dingen super, weil du es sogar bei Taxis hier. Ja. Aber das kennst du jetzt tatsächlich schon aus der… Ist schon, ist… Oh, ne, das ist anders aufbereitet. Oh, es ist minimal anders, ja genau. Aber es sind die gleichen Funktionen. Okay. Also du hast diese Farbwelten, die werden jetzt FireRed an. Was machst du denn immer für eine Farbwelt? Purple Sky. Ah ja. Das mache ich mal im Fall. Aber… Unerreicht. Jetzt macht er Drehungen. Oh ja. 300. 400. Guck mal, 300. Oh, 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 oh. Weil viele denken immer, dass der Motor das hohe Drehungen entwickeln am Ende des Drehzerbandes. Das ist aber gar nicht der Fall. Genau. Sondern wenn du ihn in die manuelle Gasse zwingst und ihn jetzt aus dem Keller die Ladung voll reinpumpen lässt. Pass auf, wie hoch wir jetzt kommen. Ja, 400. Wenn die Autobahn das hergibt. Wie viele Liter soll er haben? Ja, 400. Du kriegst 400 ab 3000 Euro und kriegst das hin. Ja, perfekt. Boah, ich war gerade. Genau. Supersport. Genau. Das ist jetzt neu. Spannend. Oh, oh, oh. Aber es ist wie im E63 so ein bisschen. Das ist Supersport. Wir bleiben im Supersport. Ihr seid aber… Langsam übertreibt ihr aber auch, ne? Guck mal, der Drehzahlmesser. Boah. Ach, wenn der Dynamik bekommt, dann verfärbt er sich. Und wenn der in der Drehzahl bleibt, siehst du, wird der weiß. Boah. Alter, wab, Alter. Ich will sowas haben. Ich auch. Ich auch. Also der Supersport-Tacho hat aber auch was sehr, sehr, sehr Cybertron-mäßiges, ne? Also sehr. Ja, auf jeden Fall. Du kannst ihn dir, also du kannst mit dem linken Touch-Control-Bar, kannst du auch noch die Tuben verändern. Genauso wie du es in den anderen… Ach, ehrlich? Ja, ja. Genauso wie du es in anderen Modi auch kannst. Lecko mio. Also auch das geht alles. Vollbildanzeige. Wie viel Rechenleistung braucht dieses System? Es ist super flüssig. Ja. Und ich finde, das siehst du mal richtig geil am Drehzahlmesser und so, dass das wirklich einfach nicht hakt, sondern es geht einfach ganz flüssig. Ja, es fühlt sich wie lebend an. Ja, genau. Genau. Und zum Beispiel jede Person, der ich meine A-Klasse leihe, die kommt zurück und sagt nicht einfach nur Danke, sondern die kommentiert den Tacho. Und das Raumgefühl. Jede Person ist, das meine ich wirklich ernst, ist total so schwärmerisch. So, ach so, das machen die ja echt toll. Für mich ist gerade Highlight wirklich A35, die Motorleistung, der Allradantrieb, die Bremse, das Fahrwerk. Ja, genau. Du hast AMG Ride Control Fahrwerk, also ein speziell abgestimmtes Fahrwerk mit Stahlfederung. Du hast eine AMG Parameterlenkung. Also, spricht sehr viel deutlicher nochmal an. Ja, und vor allen Dingen auch abhängig von der Fahrsituation. Genau. Ich war so stolz auf meine A-Klasse und jetzt finde ich das schon wieder viel geiler hier. Aber viel geiler. Momentaschra cons kids made, neigen сиг沒有 was. Mein 솔직히, ist bis zum Haufen. Ja, ich bin sehr sicher. Stefan, jetzt will ich was sehen hier. Felgenfarbe. Würdest du mir beschreiben, ohne das Auto zu sehen, würde ich sagen, nee, komm, lass es gut sein, blau mit Gold will ich nicht. Aber es sieht doch astrein aus, oder? Es ist perfekt. Also ich finde, das sind Tech Gold matt, passend zu der Folierung. Also ich finde es super. Dann, was ich sehr, sehr schön finde, ist das Detail, dass der Bremssattel jetzt nicht mehr glanzlackiert ist, sondern auch matt, mit dem Matt Tech, wie heißt das? Tech Gold. Tech Gold. Genau. Ja. Auch sehr, sehr schönes Detail. Ja, hier siehst du auch nochmal schön die großen Bremsen jetzt. Die Front, die ist ja noch relativ nah an der normalen A-Klasse. Wir sehen jetzt hier diese Flaps, die so ein bisschen Downforce generieren, aber ich denke, die sind mehr Optik, ne? Ja, du hast schon ein bisschen, dass der Luftwiderstand verbessert ist bei dem Fahrzeug. Du siehst auch nochmal, du hast einen anderen Frontsplitter. Ja, der ist da dran, genau. Bei der normalen A-Klasse nicht. Ja. Und du hast die AMG-typische Doppel-Lamelle. Ja, ist halt eine AMG. Genau. Muss halt. Das Heck haut mich ehrlich um. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist gut gelungen, oder? Finde ich ganz gut. Finde ich auch. Finde ich auch. Schon mal ganz okay. Also jetzt so eine Doppelfinne angedeutet als Tech Diffuser. Die waren ja sonst, glaube ich, nicht so gleichmäßig verteilt, sondern die waren halt so. Genau. Jetzt hast du so Paarungen immer. Ja. Ein wirklich großes Blade hier unten drunter. Ja. Die Endrohre, dann mal eingefasst in das Ovale. Genau. Und flutzige Abgasanlage mit Klappenschaltung. Haben wir ja vorhin bei der Fahrt schon gemerkt. Ja. Könnten wir wahrnehmen. Und dann hast du natürlich den Spoiler. Mhm. Der hat jetzt auch Aerodynamik-Paket oben aufgesetzt. Also, finde ich, passt auch echt geil zu dem Auto. Finde ich auch. Plus, er wirkt für mich auch echt technisch und sehr motorsportig. Warum? Wir haben einmal das normale Blade und dann diese Gurney-Flap, die nochmal extra ein bisschen Anpressdruck erzeugen soll, drangesetzt. Ja. Und das wirkt für mich halt wirklich, ihr macht es im Tuning-Unternehmen echt schwierig. Nee, aber jetzt auch sympathisch gemeint. Ja. Weil ich gucke so drauf und das Auto hat Flaps, die Fahrzeughöhe, die Farbwahlen, die Felgenwahl, der Heckdiffusor, eine Klappenabgasanlage, der Heck-Spoiler. Das ganze Auto ist... Passt, oder? Ja, ja. Ja. Muss ich schon sagen. Nee, ist echt gut. Ja. Aber weißt du, was auch gut ist? Mein Flug geht in ungefähr 1 Stunde 50 Minuten. Oh. Und es ist ein Weiterflug, also wir müssen früh einchecken. Na dann. Du fährst. Können wir uns beeilen, oder? So, ich glaube, wir sind gleich da, ne? Ja. Stefan, vielen, vielen Dank. Gerne. Für diesen Express-Check, wirklich. Weil so viel Zeit hatten wir ja nicht, aber das Auto ist schnell, Auto fährt sehr gut, man fühlt die AMG-Gene. Farbkombinationen ausmachen wir gar nicht drüber reden, weil das ist ehrlich mega geil. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht und ich konnte dir, habe ich dir versprochen, damals bei dem Video, dass ich noch was drauflegen kann. Ja, kannst du nochmal was drauflegen? Ich, ganz ehrlich, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du irgendwann nochmal was drauflegen kannst. Also irgendwann, ja. Wenn du so fragst, ja, dann kann ich dir den Wunsch nicht absprechen. Aber ein bisschen dauert es noch. Ein bisschen könnte es noch dauern. Okay, gut. Du hast das Thema AMG Entry Performance jetzt abgeschlossen. Oh, guck mal. Oh, ho, 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 ho. Das ist ja geil. Danke sehr. Kappe für den Kappenträger. Danke sehr. Super, gerne. Tasche muss ich noch raus holen, sonst wird es eng. Tasche holst du noch raus. Tschüss. Ciao. Tschüss. T santéhärähä. Tschüss. Vielen Dank.